Musik 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 Ich habe angefangen mit die Lücke und er hat mich auf die Great Redeemer gemacht. Das erinnert mich an, wie die Platz besteht. Die Platz besteht aus der Kirche. Die erste, die hier gewesen ist, war die Kirche. Dann ist alles immer wieder zusammen zu singen gewesen. Ich bin John Liedemann und ich bin von Abbottstrahl, die eigentlich Teil des Mamesbrie ist. Es gibt viele Menschen, die hier so glücklich sind. Aber ich denke, die meisten von ihnen sind nur ... ... ein Hausgebunden und ein Platzgebunden. Ich würde sagen, es ist eine arbeitende Klasse, die hier bleibt. Ich bedoel noch nicht arbeitende Menschen und schlechtes Licht. Das ist die Menschen, die die Dopp aufgebaut und an die Gang hält und bleibt floreert. Mamesbrie kriegt eigentlich die Name durch ein von die Gauverners von der Kaap, die Mamesbrie an seine Schoenpaar genoemd hat, die Elf an Mamesbrie in England. Mein Name ist Chrysende Jager und wir sind in Mamesbrie, die in die Zwartland gelegen ist. Zwartland hat seine Name gekriegt durch die Rhinosterbos, die in die Sekere Tüie dann trägt die Rhinosterbos, so zwart, von kleur in vergleichen mit die, was in Europa ist, was groen ist, hat uns die Zwart und so hat Zwartland seine Name gekriegt. und es war erst vorhin in die Zwarte Land. Wir haben hier die Warmbadens gehabt, die wir gesagt haben, es ist ein in die Welt, es ist nicht noch ein in ein anderes Land, ich weiß nicht, aber es war sehr, sehr glücklich, und wir sind dort nicht gegangen. Und das war eigentlich unsere Tourismus-Anträglichkeit. Ich war Treberinck und ich bin auf die Oemblick und ich bin ein Kind von Mamesbrief. Zwartland ist sehr bekannt für Räume und Wäine, unter anderem wir in Schienenblank, die Menschen so aus Wasser, wir haben Sauvignon Blank, wir haben noch Pukatrabe, wir haben Pinotage, Karbenaar, Shiraz, so eine große Verscheidenheit, und natürlich für die Winterheerlijke soetweine auch. Ich bin Mara Nijken, wir sind in Mamesbrief, Zwartland Wienkelder, Zwartland ist eine Wienplaats außerhalb Mamesbrief, also drei Kilometer außerhalb der Dorf. So Mamesbriefse Menschen ist von ein Schienenblank, das ein bisschen droog ist, aber fruchtig, bis eine Hannapeute, und dann auch so ein Buschwein, das voll lewe ist, und unglaublich lecker smaak gibt. Mamesbriefse Menschen ist ein wichtiges Dorf, und ideal, um in zu bleiben, denn das ist so ein schönes Mittelpunkt. Es ist nahe bei der Stadt, aber es ist auch so ein schönes Putstop, wenn man auf die N7 so weiter auf will, nach die Norden, nach Namibien, nach Sprungbock, nach Makuland, und für mich ist es perfekt gelegen, sodass du die letzte ankoopst, oder die letzte kann inzukriegen von die lecker platteland, von die lecker warme Menschen, und dann dich auch vor zu nehmen nach die Nordkaap, oder weiter auf die N7. Ich bin Janina Dwyneth, und ich bin von Amersbüren. Ein Gasteshaus muss die warmte weerspiel von die Menschen in die Dorf. So als Menschen bleiben bei ein Gasteshaus, muss man so ein guter Gevoel auch bekommen von die Dorf, die warmte, die Gasfreiheit, die thuisvolle, und dass man etwas kann zusammennehmen als man wieder in die Dorf beginnt, das wird für dich immer beibeleid, die Dorf, wenn du vieles Gefühl hast, da, was du thuis beginnt. So ich denke, ein Gasteshaus spielt eine sehr wichtige Rolle in die Dorf. Hier ist noch echtheit, hier ist noch wahre Menschen, die hier wohnen, die umgehen für mich, für dich, für dich, für dich, wie du das in Afrikaans sagen. So, Mamesbüren ist eine sehr gute die destination um die Kinder zu groß zu machen. Ich bin Jari Kalesj von Mamesbüren. Ich bin in Paketberg geboren und ich wohne seit 40 Jahren auf Lelyfontein, mit meinem Mann Lodewijk. Und wir sind jetzt bei Neue Place, Badstahl, ein sehr große Traum von meinen letzten Jahren. Badstahl ist ein unieke Ding. Wenn du nicht die Badstahl liefst, hast du auch vorbei. Was mir sehr interessant ist, ist, wie viele Menschen bei uns denken, ja, woher kommt die Mann vandaan? Alle hou von die Badstahl. Alle hou von thuisgemaakte kos. Es ist lecker als Menschen kommen und sie sagen, wir wollen wie das bei dir fühlen. Und was für mich die schönste, schönste compliment und sie sagen, dass die Menschen bei mir und sie sagen, sie fühlen willkommen. Sie fühlen wie sie bei Familie kommen. Alle sagen, Mamesbüren und ich manchmal die Menschen für alle die B-U-R-Y. Die einde von Mamesbüren. Selbst als Mamesbüren sagt, dann ist sie Mamesbüren. Es ist die die B-U-R-Y. Die B-U-R-Y. und das sie richtig ist. Und die 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 in die place kann. Mamesbüren ist die harte von die Sはite, klein dörp, die große dörp. So das muss die Menschen erzielen und die dörp nicht erzielen, das Gefühl zu bekommen. Die große dörp in die dörp. Zum Glück die große dörp. Mamesbrie ist so nah bei an alles. Wir sind nah bei der Kaap, wir sind nah bei der Stel und Bors, wir sind nah bei der See. Wir sind eigentlich sehr schön, denn wir sind bei alles. Wenn man die Mutter verletzt, und man kommt in Mamesbrie, was sehr rich in der Geschichte ist, dann ist man auf dem Weg von ein sehr schönes Abenteuer. Man muss sagen, Mamesbrie ist ein warm Dorf. Es ist ein schönes Dorf, um ihn zu bleiben. Wir haben Respekt für uns und wir sind sehr lief für Lekker Kors. Das ist kein Wort, was Mamesbrie in dieser Strecke kann beschreiben, und das ist Lekker. Willkommen bei Mamesbrie, wann die Brie uns Lekker.